Da oben ist so ein Teil. In front of the map monitor. There may be some treasure here. Kann ich? What? Ich kann nicht auf dem Ding klettern? Was hat das jetzt getan? Aua. Aua. Das Ding ist auch sehr laut. It's over. Ernsthaft? Wegen der Flamme? Big Marshmallow. What? Was soll der eigentlich nicht? Eigentlich ging es mir hier rum. Clip the hourglass to open the door. Watch the hourglass. Doors close when time is up. Com- Wandering between pillars. Nein, hier nicht. language. Der Schlüsse ist in der Nähe und diese Maschine ist sehr laut. Die Kiste? Kann ich die zerstören? Wenn ich überhaupt darauf landen kann. Nö. Was ist das Teil? Ich kann nichts damit machen, wie es aussieht. Ah, das ist hier. Irgendwo. Oh! 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 Ist nicht. Hm. Das Vieh. Ernsthaft? Also, das ist doch schon mal ein Tipp. Aber nicht so ein hilfreicher. Großer Raum. Ich würde sagen, das grünen Ding... ...sieht relativ groß aus. Near the ceiling of the red room. Das heißt, wieder hier lang. Oder geht's... Ne, hier lang. Ich dachte, da unten geht's auch, aber... ...sieht relativ groß aus. ... 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 Weil ich ein paar Millimeter drüber war. Jetzt verstehe ich wenigstens den einen Hinweis. Connect the dots. Wo ist ein Karten-Screen? Ich hab da so ein Gefühl. Nee, das hilft mir so nicht. Hier sind keine Dots. In der Nähe des grünen Raums. Weg in the areas follow in the Scorpions direction. Was? Also Scorpione hab ich gesehen. Aber sie ist nur in der Nähe des grünen Raums. Nicht im grünen Raum, oder? Ja. 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 Das war's. Ich war gerade sehr dicht dran. Hier. Was, sagen wir jetzt Connected Dots? Ernsthaft? Ach, komm. Ich verstehe langsam, wie es funktioniert, aber... Huh? Wer ist da? Was? Ein... ein Geist? Ich muss an die Sanduhr ran. Oh, da... Ah! Oh, da. Oh, da! Oh, da. Oh, da! Ah! Wenn ich das ein paar Mal wiederhole, sollte das eigentlich funktionieren. Ich sollte aber vielleicht nicht direkt in den Geist reinrennen. So viel dazu. Ja, so viel hatte ich schon raus. Natürlich, natürlich, dreh dich um. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu.